Wenn du eine ganz wichtige Voraussetzung für gute Vorträge haben willst, dann ist es jetzt wichtig, hier im Video zu bleiben. Es geht heute darum, wie du es schaffst, dein Publikum neben Körpersprache und Stimme mit dem Inhalt zu überzeugen. Und zwar geht es heute um deine Wortwahl. Meine jahrelange Erfahrung als Trainer, als Coach, als Redner zeigt dir, warum es so enorm wichtig ist, mit einem guten Wortschatz, mit einer guten Wortwahl durch deinen Vortrag zu gehen. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von MR Rhetorik. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Diesen Anfang, diesen Anfang mache ich immer, diesen Anfang wiederhole ich jedes Mal. Der ist ja manchmal ein bisschen schnell, das weiß ich, aber ich sage mal, du bist doch ein schneller Zuhörer. So, worum geht es heute? Es geht heute darum, welche Wortwahl hast du in deinem Vortrag, welche Wortwahl hast du in deinem, ja, in deiner Rede, in deinem Vortrag, in deiner Rede, was immer du machst. Das kann auch sein, dass du deine Wortwahl in Teamgespräch, in einer Teambesprechung, im Kollegengespräch, wo auch immer nutzt. Und die Frage ist einfach, mit welchen Worten arbeitest du? Wenn du an den Wortschatz denkst, dann reden wir von ungefähr, ja, ich glaube, 250.000 Worte hat der Dun. Wenn du alle zusammensetzt und so weiter mit allen Zusammensetzungen, hast du ungefähr 500.000 Worte, die du nutzen kannst. Jedoch dein persönlicher, passiver und dein persönlicher, aktiver Wortschatz sind natürlich anders. Und jetzt geht es darum, welche Worte nutzt du in deinem Vortrag. Zum einen ist es wichtig, dass du, ja, dass du in deinem Fach Experte bist. Wenn du etwas sagst, dann hab auch was zu sagen. Wenn du redest, hab auch was zu sagen. Es ist so oft, dass Menschen da vorne auf der Bühne stehen, vor der Gruppe stehen und du denkst dir, was kommt da eigentlich? Was passiert da gerade? Sag mal, was ist denn jetzt los? Und dann denkst du, Mensch, überleg doch mal ein bisschen. Du hättest dich noch ein bisschen Zeit nehmen können für eine gute Vorbereitung. Du hättest deine Rede vorbereiten können und dadurch noch viel, viel mehr Wirkung auf die Zuhörer haben können. Gut, Chance vertan. So, aber jetzt die Frage, wie gehst du in diesen Vortrag rein? Welche Worte nutzt du? Wenn du, wenn du diesen Vortrag vorbereitest, dann achte mal darauf, welche Worte du nutzt. Sind es positiv konnotierte Worte? Konnotiert heißt, die Worte mit, ja, mit Inhalt aufladen, ja? So, und die Frage ist, wie sind die Worte konnotiert? Ist es positiv, ist es negativ, sind sie verständlich, ist es schwer zu verdauen? Wie viele Fachworte hast du drin in deinem, in deinem Vortrag? Wie viele Wörter hast du drin, die eventuell Anglizismen sind? Wo habe ich mir gerade versprochen? Anglizismen sind. Jetzt haben wir es sauber. So, das ist einfach, und wenn du jetzt überlegst, was sind Anglizismen? Das sind Worte aus dem Englischen. Das Laptop, das Flipchart oder was haben wir noch? Cool, Management, Marketing. Das sind alles so Sachen, das sind Anglizismen und manche davon brauchst du. Bei manchen denkst du dir, kann man die nicht besser sein lassen? Und dann überlege bitte, welche Wortwahl nimmst du? Was gibt es für Marketing? Gibt es für Marketing ein Wort, was du nutzen kannst, wo du sagst, hey, das ist eine tolle Alternative aus dem Deutschen, dann nehme ich Marketing raus und setze ein anderes Wort für ein. Und ich behaupte, beim Marketing ist das nicht so einfach. Aber es gibt Worte, die kannst du problemlos ersetzen. Du kannst problemlos Worte nutzen, die für jeden verständlich sind. Ich hatte letztens einen Berater im Haus und da sagte der, das ist ein negatives Erfolgserlebnis. Einfach ein negatives Erfolgserlebnis? Auf jeden Fall, wo ich gedacht habe, was ist das für ein Gequatsche? Was ist das für ein Gesülze? Das versteht kein Mensch. Und deswegen bitte, achte darauf, welche Worte nutzt du? Dein Publikum. Oftmals kennst du dein Publikum. Das ist dein Team, das ist Bekanntschaft, das ist Vereinsmitglieder, was auch immer. Du kennst dein Publikum. Und wenn du dein Publikum kennst, ja dann arbeite doch auch mit denen. Dann arbeite doch mit Worten, die dein Publikum versteht. Das bedeutet, nimm deutsche Worte, nimm Fachbegriffe raus oder erkläre die Fachbegriffe. Angenommen, du hast irgendwelche Fachbegriffe drin, um die du nicht drum herum kommst, dann erkläre sie für den Durchschnittsbürger. Dann übersetze sie für den Durchschnittsbürger. Aber nutze Worte, die der andere einfach verstehen kann. Stell dir vor, jetzt im Wahlkampf, wir haben jetzt den November, nächstes Jahr, im Oktober oder November ist ja die nächste Wahl. Und stell dir vor, die Politiker reden so, dass sie nicht verstanden werden. Und das machen übrigens super viele Politiker. Dann hast du wieder die Diskrepanz zwischen, ich will ja als Experte rüberkommen und gleichzeitig willst du auch verstanden werden. Und das geht nur, das geht nur, wenn du es schaffst, dieses Wort zu nehmen und rüber zu übersetzen, damit die Person das Ganze versteht. Denn nichts ist unschöner, als dass ein Mensch auf der Zuhörerseite sagt, wovon redet die Person da vorne? Das sind Worte, die habe ich noch nie gehört. Und vielleicht hast du es schon mal gehabt, mit so einem Computerprogrammierer zu sitzen, so Online-Marketing. Du, da sind Worte dabei, ich verstehe die teilweise nicht. Und deswegen ist es immer wichtig, ich sage ganz kurz, kannst du die für mich bitte einmal aufwärmen? Kannst du die bitte für mich einmal übersetzen, damit ich weiß, worum es geht? So, und wenn du nicht weißt, wie du das Wort übersetzen kannst, versuch das ganze Wort zu ersetzen. Es gibt Synonyme für ein Wörter. Wir Deutschen haben so viele Möglichkeiten, wir haben ungefähr das Fünffache an Worten wie im Englischen. Das Fünffache an Worten wie im Englischen. Und das bedeutet, wir haben so viele Möglichkeiten, wir können jedes Wort ersetzen. Jedes Wort hat im Deutschen so viele unterschiedliche Bedeutungen. Und da kannst du einfach mal nehmen, ja, ein Synonym dafür nehmen. Und jetzt, wenn du sagst, was ist ein Synonym? Das ist eine Entsprechung. Das bedeutet, du kannst sagen, du kannst, nehmen wir mal eins, das ist Auto. Ja, das Auto kannst du sagen, das ist die Karre, die Rostschleuder, die Nobelkarosse, die Karosse, die, was haben wir noch, das Fahrzeug, das Kfz. Also du hast ganz viele Möglichkeiten, das Ganze zu nehmen. Und wenn du sagst, meine Nobelkarosse, dann hast du ein gewisses Bild vor Augen. Das ist anders als meine Rostschleuder. Ja, das ist immer das Auto gemeint. Aber Nobelkarosse und Rostschleuder hast du einfach anderen Bezug auf den Begriff. So, aber nochmal, denke daran, die Worte, die du nimmst, sollen dir zu ihrer verstehen. Deswegen überlege, welche Worte du in deinem Vortrag nutzt. Überlege, welche Worte du dort einsetzt. Und bitte achte auch auf Wortwiederholung. Nimm nicht immer das gleiche Wort, wenn du sagst, mein Auto ist hier, mein Auto ist dort, mein Auto ist da, mein Auto, mein Auto, mein Auto. Dann nimm einfach mal etwas, was du sagst, ich mache was anderes. Sagst du am Anfang vielleicht, mein Auto ist mein Liebling. Diese Nobelkarosse nutze ich sehr gerne. Das ist ein Kfz, was ich. Dieser Weggefährte, was auch immer. Du kannst ja sogenanntes Shunking, du kannst dann auch andere Worte nehmen oder andere Sinnhaftigkeiten nutzen. Ja, wichtig ist mir, nutze andere Worte, dass dein Publikum immer mitgehen kann, aber dich auch versteht. Wenn du das schaffst, wirst du als ein sehr guter Redner wahrgenommen. Das kann ich dir hier so versprechen. Denn, nochmal, Menschen wollen dich verstehen. Menschen wollen verstehen, wer bist du, was machst du und wofür stehst du. Und das können sie nur, wenn sie genau wissen, was du willst. Bei deiner Wortwahl ist es wichtig im Vortrag, dass du schon mal übst und dass du vorher sagst, welche Worte habe ich genutzt, welche Worte habe ich genommen, versteht man die auch. Und dann nutze immer, ich sage es dir so oft, Vorträge werden vorbereitet. Und geh mit Publikum in die Vorbereitung. Nimm dir deine Lebensgefährtin, deine Kinder, Verwandtschaft, Bekannte, wie auch immer. Nutze den Moment und bereite dich vor. In unserem 6-Wochen-Redner-Coaching machen wir genau das. Da kriegst du den Auftrag, du musst einmal vor deiner Gruppe reden. Da kriegst du den Auftrag, du musst vor deinen bekannten Verwandten reden. Du musst es vorbereiten, denn ohne die ganze Sache bringt das ganze Coaching nichts. Und wir haben jetzt einige im Coaching drin, die einfach merken, hey, wie schnell geht denn das, dass ich vorwärtskomme. Wir schaffen in 6 Wochen so viel, und ich kann dir nur ans Herz legen, hier einmal loszulegen, damit du ein guter Redner wirst und genau deine Inhalte rüberkriegst. Dass du deine Inhalte einfach besser vermitteln kannst. Wenn das für dich interessant ist, du kennst es www.mr-rhetorik.de. Da gibt es mehr Inhalte, da gibt es die Blogbeiträge, da kannst du eine ganze Menge bekommen, um dich und eventuell dein Team weiterzuentwickeln. Und da geht es um Körpersprache, um Stimme, um Inhalte, da geht es um Wortschatz, da geht es um Präsentationen, da geht es um die Rhetorik, da geht es um Kommunikation, da geht es um Teamgespräche. Es geht um ganz, ganz viel, was dir hilft, in der Karriere weiterzukommen, im Privaten weiterzukommen, möglicherweise in deiner Beziehung einfach besser zu reden, sodass die Beziehung angenehmer wird und dadurch dein Leben schöner ist. Wie gesagt, wenn das für dich interessant ist, www.mr-rhetorik.de. Da gibt es weitere Inhalte und ich freue mich, wenn du mal drauf guckst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag, habt eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video oder auch gern persönlich. Bis dann.